Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, den Imperator zur Weißglutfingern anzunehmen bei Forik in Folldun, an dieser Position. Diese Quest ist ziemlich einfach. Ihr bekommt hier so eine Leiste, Rollwerkenergie. Damit könnt ihr durch die ganzen Treulosen einfach durchlaufen. Sollte euch mal die Energie ausgehen, haltet Ausschau nach so kleinen Blitzkugeln. Damit füllt ihr die Leiste schneller wieder auf. Sie füllt sich natürlich auch von allein. Seht ihr solche Blitzkugeln? Also ich glaube, dass man die Leiste damit schneller drauf fühlt. Gefühlt war das so bei mir. Und sobald man einmal abgemountet ist, ist es schwer nochmal aufzumounten, da die ganze Zeit Mobs nachspawnern. Quest ist aber schon bereit zur Abgabe. Ich werde jetzt nicht versuchen aufzumounten, sondern laufe zum Abgabe NPC. Wer war meiner? Wen zähl ich bei mir mit? Quest ist abzugeben. Bei Forik in Folldun, an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Ciao.